meine lieben leute herzlich willkommen hier beim lecker klein feckl ist denn wir haben ein lecker klein feckl beim letzten mal gegessen und wir gucken mal was ist hier sonst so am start ist heißes fleisch ja wenn das nicht entsprechend ist die station mit dem heißen fleisch ist zurzeit nicht besetzt ach das ist das okay na gut heißes fleisch hatten wir schon also das heißt was haben wir hier eine durchsage würde die person die sich das rettungsboot ausgeborgt hat es bitte zurückbringen sie dürfen das erste hilfeset behalten und wir werden keine weiteren fragen stellen ende der durchsäge durchsage und wir waren es nicht haben wir ein reines gewissen ihr habt die videos gesehen da ist das hat ihr noch gefehlt brokkoli joghurt mit kutteln von den gleichen leuten die die das tranferkel kredenzt haben ich warte lieber brokkoli joghurt mit kutteln das essen hör doch mal auf wie aufhören sag mal kommt sie aus dem offen kackst mich so hart an das hör doch mal auf okay er lässt nicht mit sich reden was haben wir hier der kuskos du hast noch nie einen preiselbeer kuskos mit gequetschter banane probiert den du nicht gemocht hast ich habe noch nie einen probiert na sag ich doch und stimmt hat er gesagt können wir den eventuell essen 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 denken eigentlich alle leute immer nur an das eine ja warum bums hey moment mal ja ich glaube du hast etwas verwechselt kollege was haben wir hier griechischer salat die pms bouncy ist hoch erfreut ihnen täglich frischen salat anbieten zu können auch wenn sie sich längst auf hoher see befindet wie machen die das ja ganz einfach sie holen sich das grünzeug indem sie die schafsbäume auf dem topdeck beschneiden griechischer salat ich glaube dass die das auf jeden fall eine theorie wäre also muss man auf können das hier essen hör doch mal auf okay was haben wir hier dicke weiße bohnen dickmilch soße teig können wir das eventuell essen 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 denken eigentlich alle leute okay das sieht auf jeden fall sehr interessant aus liebe leute das könnten was ist es denn pilze ja genau sie gingen in den wald und sammelte pilze jetzt stilze scheiß pilze oh mein gott nein larry es ist nicht das was du denkst das sind kleine pilze direkt importiert aus den caracalla pilz kellern von baden baden in baden oh gut ich hatte schon angst das wären steckrüben steckrüben können wahrscheinlich auch nicht essen hör doch mal auf hackbraten grün war schon immer die von dir am wenigsten geliebte farbe wenn es um hackbraten geht es gibt farben die ich bevorzuge das ist in der tat richtig was haben wir hier eine große schüssel mit bohnen dip ziert das buffet und sie sagen essen sie so viel sie wollen dürfen wir denn jetzt ein bisschen es oder da gibt es die zugange wurden ich liebe bohnen dip nur weil es essen sie so viel sie wollen heißt musst du ja noch lange nicht so viel futtern bis dir schlecht wird und warum nicht den kleinen winz pupser dürfte eigentlich niemand bemerken wenn er mir jetzt die sniffkarte gegeben hätte weil ich glaube das war irgend so was das hätte ich dann nicht gemacht weil ich habe ich glaube ich mal gesagt ihr wisst ja nun die regelmäßig studieren meine cyber sniff 2000 die ewig alt ist aber trotz allem noch funktioniert und da gibt es ein geruch der es ist glaube ich irgendwie furzgeruch und den habe ich leer gerüttelt und ich hätte fast gekotzt aber so viel wir wollen das heißt wir können noch mal nachdenken weil sie nur 239 bohnen in diese schale mit dem bohnen dip gegeben haben larry auch wirklich ganz einfach larry jedes bündchen gibt ein tönchen klingt wie ein witz von mark siebert okay damals auch glaube ich im lächer suite larry loode teil da waren wir ja da haben die ganzen stand-up komedien uns angeschaut in dem stand-up komedien theater da irgendwie wo drehen ich weiß nicht mehr genau da waren auch mal diese die zufallsdurchsage 22 aus dem programm gelöscht hat möge sich bitte sofort bei der sicherheitsabteilung melden das machen wir diesmal nicht so können ein bisschen nachnehmen wenn es umsonst ist gut freundes mir keine sniffkarte angeboten hat ich jetzt nicht genau sehe ich nicht heiß aus das kannst du nicht nehmen warum nicht weil es nicht naschkäse ist das kannst du nicht nehmen das kannst du nicht nehmen warum nicht weil es nicht naschkäse ist okay dann erstmal ein bisschen bodendipp komm hier larry kannst du ein bisschen bodendipp essen theoretisch können wir jetzt auch kurz ausziehen nicht hier larry und nicht jetzt aber vielleicht irgendwo irgendwann du siehst auf jeden fall heiß aus freunde so sagen wir ansehen viele passagiere der oberklasse genießen jetzt ihr köstliches mal am buffet und warum wir nicht ich möchte auch essen vor freundlich ihr wisst nicht ich habe total hunger das ist hier für mich gerade echt eine tortur das aufzunehmen dass es sitzen können setzen uns mal hin untersetzte sie leute aus dem ganzen schiff warten nur auf die gelegenheit um der neuen keine mitesser polizei des speisesaals respekt zu verschaffen ja und 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 ein bisschen trankieren hör auf die leute zu bedrohen wenn du dich schlagen willst kauft jedoch war kraft 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 aber ich habe es noch nie gespielt ich habe einen kumpel der ist da ganz heiß drauf aber was haben wir hier tür es gibt einige zeichen in der nähe dieser tür und auf ihr noch ein paar mehr auf diesem schiff gibt es einfach alles alles ausziehen nicht hier larry öffnen diese tür ist verschlossen lesen da steht was drauf moment nein ich du in die tür lesen auf der tür stehen mehrere kleine hinweise für die öffentlichkeit geschlossen kein zutritt nur für mitglieder nur ab 18 jahre und älter also ich bin mitglied ich bin 18 jahre und älter also auf beiden seiten dieser tür befinden sich einige große poster ich glaube das riecht jetzt sehr fischig ich probiere das mal ihren es nicht muss ein bisschen rubbeln das riecht nicht mehr wirklich der geruch ist irgendwie weg ich gucke noch mal den richtig nicht mehr das sind so ein paar sachen die riechen tatsächlich noch aber die nummer 7 riecht leider nicht mehr wenn ich mich richtig in erinnerung richtig erinnere dann hat er sehr fischig gerochen denn hier sieht das irgendwie alles mit sehr fischig aus was ich mir okay wir haben schon mehr als die helfe das finde ich gut so hallo hat eine durchsage hat gerade den disco marathon gewonnen eva okay aber warum fahren warum frauen daran teilnehmen naja der mülleimer ist der einzige gegenstand in der küche der peinlichst sauber ist es sieht so aus als ob sie nie was wegwerfen würden das heißt es wird alles verarbeitet freunde in diesem mülleimer ist nichts versteckt klar den boden kannst du doch von hier aus erkennen aber el lo versteckt immer etwas im mülleimer nicht bei diesem spiel munsil hätte ihn nicht gelassen ja dann munsil okay sagen wir hier handtuch rolle um geld zu sparen hat jemand den anfang des handtuches am ende festgenäht und so einen langen kreislauf geschaffen das spart vielleicht geld aber es vermindert das zutrauen in die sauberkeit des küchenchefs auf dem schild an der seite steht letzte wartung juni 1954 das ist verdammt lang her verdammt lang her können wir denn da mal lesen da steht was drin ein kleines schildchen an der seite der handtuch rolle besagt nächste wartung oktober 1954 okay können wir dann mal dran ziehen haben wir ziehen schon die ziehen haben wir noch gar nicht ok ziehen macht er nicht gut ok dann gucken wir es mal weiter um hier haben wir was ist ein schwertfisch oha gibt dem schwertfisch dinner gestern abend eine neue dimension auf jeden fall was larry ja kühlschrank der kühlschrank scheint nicht zu funktionieren der geruch von verrottendem fisch dringt durch die risse in der gummi lippe zumindest hoffst du dass es das ist was da so stinkt das ist ein nobelrestaurant und das ist um der liebe christi willen nein ok gut um der liebe christi willen sieht aus wie so ein mini klo hier cyberkäse 2000 tm ich habe hier meine cyber sniff karte 2000 und jetzt der cyberkäse 2000 nur zutaten hinzufügen und einen schritt zurücktreten unglücklicherweise ist das nicht der tragbare cyberkäse 2000 mit aktivem geruchsfilter dumm gelaufen ja das kann man so sagen wir ihn benutzen naja können wir aktuell glaube ich nicht benutzen was haben wir hier eingewickelter fisch es ist ein fisch eingewickelt in eine seite des magazins der professionelle kellner oh gut mein abo war gerade abgelaufen aber der profis du warst ein professioneller kellner das war mir neu mit dem fisch stimmt etwas nicht woran siehst du das an kleinigkeiten dem ohrring der tätowierung dem mürrischen gesichtsausdruck und wenn ich den fisch wegwerfe aber die zeitung behalte in die eingewickelt ist gute idee 110 punkte jetzt haben wir eine zeitung illustrierte jemand benutzte diese seite aus dem magazin der professionelle kellner um darin vergammelten fisch einzuwickeln wäre das nicht eigentlich die aufgabe für das magazin der professionelle fischeinwickler na gut jetzt ein bisschen flach das riechen diese magazin seite riecht nach fisch wahrscheinlich weil sie mal um einen solchen rum gewickelt worden ist ne der duftest echt leider weg aber ok kein problem so ok ähm was haben wir hier innereien kübel das ist ein kübel mit innereien und noch schlimmerem zeug unsere grafiker haben eine nahaufnahme davon gezeichnet aber danach wurde den programmierern schlecht naja ok was ist das eine guillotine wenn sie nicht mit original französischem werkzeug arbeiten können ja wenn der chef de cuisine ein französ dann gibt es nette so ganz offenkundig standen diese fische auf der falschen seite der meeresnahrungsrevolution warum haben wir dafür einen punkt gekriegt können wir die nähe wenn du irgendeinen irdischen nutzen für einen haufen fischköpfe gefunden hast kannst du noch mal wieder kommen ok was haben wir hier tintenfisch tentakel day of the tentakel der erinnert sich gerammelt voll mit aller feinsten tentakeln achtung bitte eine durchsage lane hat gerade den kornbrand vernichtungswettbewerb mit einem halben fass vorsprung gewonnen das ja ok können wir die irgendwie nehmen die brauchst du nicht du bist schon ein sauger das ist wahr was haben wir hier einen topf netter topf erinnert mich an meine studentenzeit der richter gab mir sechs monate auf bewährung also das habe ich jetzt nicht das das können wir den nehmen sagt er sich echt ein cool das ist nicht komisch dieser streuer enthält ausschließlich original seesalz eigens vom schiffsrumpf kurz vor der jährlichen spritzkur abgekratzt reicht das salz rüber das ist nicht komisch doch doch ok du versuchst ja die ganze zeit hier witze zu reißen kennst du die drei hauptbestandteile eines normalen ofens stössl rohr und eierkohle eierkohle können wir den öffnen öffnen das brauchst du nicht zu öffnen vertraue mir vertraue mir ok was haben wir hier ein fliegengitter oh was ist das pfiffi nein nicht pfiffi doch leider ja was haben wir hier kaviameister 2000 der kaviameister 2000 oh das wollte ich nicht verkünden der kaviameister 2000 ist für diejenigen die ihre eier fischig und frisch mögen ok pass mal auf können wir den benutzen betätigen ähhhhh nehmen benutzen nehmen aahhhh keine chance können wir den angel und deshalb gab es das dinner gestern abend erst so spät das ergibt sind können wir die nehmen das einzige was du dir beim fischen fängst ist eine erkältung können wir denn da mal fischen hat er gesagt ok kennt er nicht gut oder nicht gut hier schublade diese schubladen sind seit dem berliner mauerbau nicht mehr geöffnet worden ok können wir die eventuell öffnen in diese schubladen kommst du nie rein ich wünschte ich bekäme ne markt für jedes mal wo ich mir das anhören muss ja ihr denkt euch einfach euro dazu ne können wir das jetzt in diese ok ja was haben wir hier noch das ist was das ist hier eine leckere was diese pussysplittertorte mhm pussysplittertorte gab es da mal so ein reklame mandelsplitter mhm wer kann sich noch erinnern wer ist noch in dem alter wo er sich erinnern kann können wir da was von nehmen nehmen das brauchst du nicht ok und bitte und du solltest dir nie ansehen wie gesetze gemacht werden und du solltest dir nie ansehen wie gesetze gemacht werden ok und ihr solltet euch nie ansehen wie die folge jetzt ausgeht denn es ist vorbei ich sag 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 vielen dank fürs zuschauen fifi hängt da oben es ist alles ganz tragisch hier wird nichts weggeschmissen wie es heißt ne und ich wollte mal ganz kurz probieren kennt er nicht hatte ich wahrscheinlich schon probiert ich weiß nicht mehr liebe leute in diesem sinne ab in die renne von adri war gerade tschau tschau und ich hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder an bord wenn es heißt legend sweet larry kochen mit spielkind45 tschau tschau